Moin meine aktiven YouTube-Freunde und ein herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Wir spielen ein neues Spiel, ein zwar älteres Spiel, aber es wurde mir sehr empfohlen. Wir spielen hier Plague Tale Innocence, da kam jetzt vor kurzem der zweite Teil raus. Und mir wurde es wirklich sehr empfohlen, den ersten Mal zu spielen. Natürlich will ich den zweiten dann auch zocken. Ich möchte euch auf den Weg mitnehmen, möchte natürlich auch neue Leute damit ansprechen. Wenn du zum Beispiel einer der Neuen bist, dann herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du Lust hast, drück doch schon mal jetzt gerne den Abo-Button, aktiviere die Glocke und lass ein Like da. Dann verpasst du auch kein Content mehr von mir. Für alle anderen, die meinen Kanal schon kennen, keine Angst, ich bleibe trotzdem auch noch weiterhin bei meinem RTS-Content. Also, ne, wie War Among Raids, Desportes und so weiter. Aber ich möchte auch gerne was anderes spielen und ich spiele auch vieles andere und möchte euch ein bisschen wieder hier mitnehmen. Ja, außerdem hat es hier auch mit Schleichen zu tun und dementsprechend, glaube ich, passt es ganz gut in mein Konzept hier rein. Ich schleiche ja sowieso gerne und es soll sehr, sehr gut sein. Dementsprechend, äh, nicht lang schnacken. Äh, wir starten hier mal rein, machen ein neues Spiel. Ich hoffe, vom Ton her ist soweit alles schick. Wir gehen direkt mal rein und gucken, was kommt, ne? So, das Erbe de Rune im Königreich Frankreich. Du trödelst, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine zehn Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich hab mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Also, wir sind im Königreich Frankreich, mitten im Wald, starten hier rein. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gaën strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Grafik ist schön. Du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Dafür, dass es ein älteres Spiel ist, finde ich die Grafik echt noch sehr, sehr schön. Also, ist auf jeden Fall harmonisch. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater. Ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du, du weißt, in einer Familie... Hey! Ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter der Hun. Na los! Und bring zur Aufwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du... Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte! Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich! Na klar. Habe ich in meiner Tasche. Habe ich in meiner Tasche. So, wie komme ich hier rüber? Achso, er hilft mir dem Baum hoch. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia der Hun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des... ähm... heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du sechs der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis zehn gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben, neben dem Stamm, liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Na dann mal los. Wir hauen die Eppe jetzt vom Baum. Ich weiß dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schüttet. So soll es sein. Dann mal los. Halte, gedrückt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, weiter so Amicia. 6, 7, 8, und so wurde auch Amicia eine wahre Ritterin. 9, da. Sieh ihn alleine an. Ob man das auch nicht schaffen kann? Spiel beendet. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Was ist denn los? Ich habe wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell. Lauf schon vor. Ich komme nach. Kann man auch sprinten? CS ducken? Okay. Ah ja. Hier ist unsere Sprint-Taste. Gedrückt halten. Links shift. Warte auf mich. So. Na mal schauen, was ist... Was hier uns so erwarten wird. Muss ja jetzt schon irgendwas Dramatisches hoffentlich passieren. Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel. Ein Wildschwein. Braver Hund. Was ist hier? Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal. Ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Ja, jetzt... Jetzt geht's los mit dem Verstecken. Das ist meine Chance. Oh nein, das hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Okay. Noch mehr Steine? Vorsicht. Du musst auf den Kopf ziehen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Klage. Da bist du ja. Du dich ins Gras. Runter. Ey. Das hat uns gehört. Ich be... Also... Sonst bin ich ja Profi und sowas. Das war's. Das war's. Du musst dich der Hunger immer so genau zielen. Der Braten ist jedoch noch nicht serviert. Nein, nein, nein. Schnell, Leon. Nicht die Spur verlieren. Heute Abend speisen wir wie Könige. Das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon. Ich kenne Leon. Wenn du so aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Jetzt wird's ein bisschen dusterer. Nein. Meine Füße werden einsinken. Okay, dann wieder anderer Weg. Das Wildschwein. Es blutet. Äh, hier ist schon... Merkt ihr es auch? Es wird schon so düster. Mal gucken, was jetzt kommt. Er muss es gefunden haben. Ja, oder ist es irgendwas anderes passiert? Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Hier ist ja wild. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Oha. Ist das Wildschwein? Aber... Leon war das bestimmt nicht. Sieht nicht mehr so gesund aus? Leon, komm her! Leon! Nein, und nicht den Hund gleich. Ich bin, Leon. Nein, und nicht den Hund gleich. Lio, ich bin, Leon. Ich bin, Leon. Wer war das? Leon! Ich bin, Leon! Was ist das für eine Teufelein? Wir müssen weg. Sofort! Plagg-Tay. Innocence. Aha. Wo ist denn der Hund da drin verschwunden? Ich schätze mal, dass wir im Laufe des Spiels erfahren. Ich finde die Story schon mal geschichtsmäßig guter Aufbau. So, wer ist jetzt Ugo? Suche Beatrice in Ugos Zimmer. Ist das Ugos Zimmer? Ah ne, ist ein Stall. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Ach, hier kann ich noch hin. Oh, Mademoiselle Amicia. Wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es Ihnen sagen. Die Pest? Aha. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. So, jetzt kommen wir hier in den Innenhof. Ich bin nicht, Mutter, nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Aber von der Szenerie ist es auf jeden Fall echt gut gemacht. Ich gehe schon mal hoch. Auch die Unterhaltung finde ich gut gemacht. Ach, hier ist gar nichts, oder? Kann ich hier was finden? Doch, hier kann ich was finden. Gewürze. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes... Ah, Kuriositäten. Man kann hier Sachen sammeln. Och, mein Entdeckergeist ist damit geweckt worden. Äh, sehr interessant. Auch die, wie gesagt, diese Seitengespräche. So, mit hier ist, wie gesagt. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes. Aber es wird ihr schmecken. Also mir bestimmt. Somit hier, es werden immer Leute gebissen. Oh, Tana, Misia. Ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, dass da irgendwas nachts passiert und es werden Leute gebissen. Es deutet schon immer auf irgendwas Gefährlichem hin. Ich würde gerne sprinten. Das darf ich hier aber nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, warum sprintet der Typ eigentlich nicht. Oh, irgendwas habe ich getriggert? Okay. Nicht vergessen, wir müssen aufs Bett gucken. Mutter scheint ja nicht so amused zu sein. Das war, Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schieß die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal, was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. All right, all right. Nichts aufmachen, nichts anfassen. Aber wir gehen in den Raum und gucken, ob wir hier was finden. Ich bin ja getriggert. Hier, eh. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Wie lange ist er schon hier? Vier Jahre? Verschlossen. Eine Kiste. Können wir nicht. Wo ist er? Hugo? Aber wo ist denn mein Zimmer? Wo ist mein Zimmer? Ich möchte auf mein Bett gucken. Sie hat was vorbereitet. Wir gehen hier lang. Ah. Ich muss... Ah, ich muss hin rum. Also, wir haben ihn schon gehört. Wir wissen, dass er da hinten drin ist. Aber ich bin einmal neugierigerweise falsch gelaufen. Er wird sich hier drunter verstecken. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Ja. Hallo? Wie... Ihr kennt uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Ja, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senior Nicolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Drücke. Drücke. Ugo, komm her. Was ist denn? Okay. Wir können ihn hier rüberholen. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wir müssen hier rüber. Boah. Ugo, ich bin's. Gabriel. Komm schnell her. Hey, du. Was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleiner? Halt die Klappe. Da gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Ab dir den Verschleun. Ich kann da nicht lang. Okay. Ich mag das Spiel jetzt schon. Wir gehen mal hier runter. Boah. Auf jeden Fall brutal. Jetzt kommt Schleichen. Schleichen ist immer gut. Ich muss Mutter finden. Was ist das für ein weißer Rand? Oben? Am Bildschirmrand? Oh mein Gott. Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Oh. Alles eigentlich, aber wir müssen, wir müssen weiter. Nicht hier sehen. Nein. 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 Wir müssen weitergehen. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Oh Gott. Ich meine, ich glaube, hier kann man nicht viel verkacken, aber trotzdem schon. Das Feeling beim Zocken ist schon intensiv. Die Leiter ist auch nicht mehr. Ha, die Gewürze. Ha, ein Glück haben wir die geholt. Aber hier kommen wir, glaube ich, raus. Okay. Intense, intense. Da wird einer stehen jetzt. Ah, Mutter ist noch da. Danke, Mama. Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Wenn du Hugo alleine hast, gerät er in Panik und macht die Gegner in der Umgebung auf sich ausmerksam. Okay. Bleibt geduckt, um keine Geräusche zu machen und versteckt dich im hohen Gras, um nicht gesehen zu werden. Und Mutter läuft da vorne? Okay. Hinterher. Ah, das ist auch cool gemacht. Das Verstecken. Ah, der weiße Rand zeigt an, wo ein Gegner ist, glaube ich. Wir müssen hier hoch, Amicia. Helf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Hier. Robert, der Ruhe ist kein Freund. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Heide Geschleuder, um leise zu sein. Okay. Ah ja. Aha. Sehr stark. Sehr stark. Schön. Gefällt mir. Schleuder ist laut. Gefällt mir bisher. Sehr gut sogar. Der Anfang macht Spaß. Herausforderungen werden noch kommen. Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Weinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Ah ja. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Schleite zielen gedrückt und den Topf auf die Oberfläche zu werfen. Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo fest. Was war denn das? Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Es ist zu. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Ugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Amicia, konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Aha. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Ich will auch gar nicht mal so viel reden. Stimmung ist echt gut hier in dem Spiel. Oh, mit Fackel. Warum ist denn Mutter so schnell und hier nicht? Nein. Oh, das war knapp. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ach, nett. Ach, nett. Hör auf meine Stimme, Ugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein- Aus. So ist es gut. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Ugo. Ich... Ich glaube schon. Dann... Müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Du kannst herkommen. Ja. War da was? Nein. Wo ist denn Mutter hin? Ah, hier. Hopp, so geht das. Danke. Ah ja, jetzt helfen wir ihm auch. Jetzt wird man schon ein bisschen mehr alleine gelassen, aber Mutter ist noch da. Ja, mit Ugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Du kannst... ...zu Beatrice sagen, dass sie bleiben soll. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Ja. Ich bin eingeklemmt. Ah ja. Habt ihr schon einen Topf? Oh, der dreht sich gleich um. Ich hab ihn wieder. Sehr gut. Weiter. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vorgescheche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber... Er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Überlass das mir. Und dann gehen wir straight rüber, wenn er sich umdreht. Easy Movement. Er sieht doch auch nicht ganz koscher aus. Wir vertrauen ihm mal. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell! Madame, sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja. Er heißt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Ich brauche mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauche dich. Ich brauche dich. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Oh, nee! Okay, wir rennen einfach nur. So schnell, du Körper! Er hat sie, Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter! Sie sind direkt hinter uns. Sie sind hier. Gerade auf! Weiter, gerade auf! Aber wo laufen wir hin? Wo soll Mama suchen? Lauf einfach weiter! Amicia, wir müssen Zuhör von Mama suchen. Das geht nicht. Sie dürfen uns nicht schnappen. Was ist das? Okay, also... Da kommen irgendwie immer mehr so eine... Alienbobbizze aus dem Boden. Na, in den Fluss. Damit haben wir Kapitel 1 geschafft. Kapitel 2, die Fremden. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Ugo. Ugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Ja, und damit starten wir in Kapitel 2 rein. Ich würde sagen, machen wir das nächste Mal. Bisher hat es mir gut gefallen. Was sagt ihr zu dem Spiel? Habt ihr es schon gezockt? Wahrscheinlich ist es ja schon länger draußen. Ich habe es irgendwie verpennt. Mir gefällt es gut. Ich werde es weiter fortsetzen. Ich werde euch mit auf die Reise nehmen von Plugtail hier auf meinem Kanal. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar unten rein. Schreibt es das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Bleibt gesund. Stay safe. Ich verabschiede mich. Tschö. Mit Ö. Ich werde es unstenぁ-verconnect clinic ist. Leute sind zurück. Ich würde immer sagen.